hallo und herzlich willkommen bei binibooks ich habe heute diese tafel gebastelt und zwar wieder rein aus action sachen vom action markt verwendet habe ich dazu dieses tisch set was ich euch im letzten haul vorgestellt habe diesen blog diese buchstaben aus dem action markt dieses galanten set die vintage farbe das puzzle und die vorlagen für die zwei herzen findet ihr in der infobox zum downloaden und wenn ihr sehen möchtet wie ich das gemacht habe schaut euch einfach mein video an viel spaß dabei so 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 so